Musik Wenn wir ehrlich sind, ist das Theater an sich eine Absolutität. Wenn wir ehrlich sind, dann wird ein Theater machen. Wieder können wir, wenn wir ehrlich sind, ein Theaterstück schreiben oder ein Theaterstück spielen. Musik Wenn wir ehrlich sind, dann können wir überhaupt nichts mehr tun, außer das Unrecht. Wir schreiben für das Theater und wir spielen Theater und ist das alles auch dieses Absurdes und Verlogenste. Was Schauspieler wahrstellen, ist falsch, dargestellt. Eben verlogen, mein Herr. Musik Dargestellt, es ist Verlogenes und dargestellt, es ist Verlogenes, liebe wir. Musik So habe ich meine Komödie geschrieben. Verlogen, so wird sie dargestellt. Verlogen, hier wird sie aufgenommen. Verlogen. Der Schreiber ist verlogen, die Darsteller sind verlogen, Zuschauer sind auch verlogen. Und alles zusammen ist eine einzige Absurdität. Musik 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 Musik